hey und damit herzlich willkommen zur nächsten episode des pokémon so was soll ich einer spiele mir alleine genau der crystal apokalock hier auf dem kanal ich bin ein bisschen zu weit nach vorne gegangen deswegen klicke ich jetzt einfach mal hier in den trainer rein aber heute gehen wir natürlich in den leuchtturm rein und kümmern uns um ampharos wir müssen glaube ich surfer irgendwo herbekommen hoffentlich um dann über das meer zu schwimmen um dann die medizin abzuholen ja ich habe jetzt alle monst auf 27 gegrindet tatsächlich einfach nur weil wir gegen level 30 in der arenen kämpfen werden und ich habe die erstmal jetzt auf 27 gegrindet weil pf schon 27 war und da habe ich einfach mit den anderen nachgezogen wird dementsprechend interessant weil wir denn denke ich heute noch nicht die arena machen vielleicht nächstes mal müssen wir schauen vielleicht wie auch solast und weiß nicht wo tm vm surfer ist muss ich das googeln ich weiß es halt aus dem kopf überhaupt nicht mehr wie ich das bekomme könnte ich bitte treffen wer gestern mal mpbl kampf gesehen hat weiß dass ich es nicht so mit dem treffen habe aber anscheinend jetzt schon muss ich nur beschweren die sache ist halt da unten ist ein item da nehme ich schon die den extra kampf mit vor allem brauchen die erfahrungspunkte also es wird ja relativ angriff der kleinen normal types die später zu vertreten werden aber wachstum das wird ein großes sei das wird ein großes sei oder mehr das gibt uns ein mond stein griechen mond stein das glaubt was nicht auf den typen der kalle hier bei den so ich habe sie stark und nicht wie bist du bei trocken sind stark und nicht matrose servent morg schickt als sumer hat zum glück noch keine huge power in dem ding weil wir noch keine fähigkeiten namen ob wir es liegt ich glaube ich gebe wirklich raus ich muss ja auch so ein bisschen die müssen die andermans nutzen bisschen die andermans nutzen aber knarre wir hatten ja letztes mal auch überlegt ob wir don fan nehmen don fan waren und 9 ich weiß gar nicht mehr was das alles war aber ich habe zum glück das doch auch aber ich habe mich jetzt erst mal dagegen entschlossen aber sofern irgendwas bei mir stirbt wird deshalb werde ich auf jeden fall es als nächstes mit reinnehmen außer ist das we block pärchen also soling pärchen dann ist das was anderes dann nämlich die beiden halt mit aber sonst Bisher sind wir auch gut dabei ich wette es wird irgend so ein punkt geben wo ich richtig viele mons verlieren werde am anfang ist es jetzt immer noch so okay aber ich glaube so gegen ende wird es glaube ich komplette eskalation sein wahrscheinlich mal sehen es kann immer also nur weil ich jetzt noch kein mond verloren heißt das nicht dass nicht irgendwas random mäßiges kommen kann was uns komplett zerstört zerstört das heißt es nicht das heißt es nicht Energie stopp das ist kein mond stein so da ist noch der matrosi und wir haben natürlich noch 3 nach vorne hallo matrosi ich hätte eigentlich gern gegen dich gekämpft rauchball das ist so wie komme ich eigentlich dahin hm ich würde schon gerne alle items mitnehmen meine mutter finden wir halt echt nicht schlecht echt nicht schlecht ich meine pipi ist ja kein kids survivor oder so muss man halt sagen ähm dementsprechend hier ist eine vergiftung wahrscheinlich wir haben keinen poison type schade man ich glaube ich gehe in sebi dann werden wir mal sehen ob er toxisch ist oder nicht oh er wurde mal nicht vergiftet das killt nicht und dann werde ich vergiftet sei jetzt ok gut ich habe mich wieder mal geirrt das ist fein das ist sogar gut dass ich mich geirrt hatte ich hätte keinen bock gehabt der wird jetzt jetzt wirst du vergiftet wahrscheinlich ich hab so viel geredet äh ich hab so viel gequatscht aber es soll eigentlich killen wenn wir einen rettern killen dann ja ja wenn wir rettern killen dann den buddy auch und er schickt ponita rein jetzt kriegen wir beim burn oder komm ihr lichte mich ich so werde ich eine gen schon aber ich weiß auch immer ponita hat ein echt brokenes broken movepool das weiß ich noch ich glaub der hatte läuterfeuer was halt schon ziemlich krass ist aber wie komme ich da hin hm muss wahrscheinlich von oben nach unten fallen oder aber ich geh erst mal nach oben ich guck mal da 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 ich dachte das wäre eine eneco-route aber das gibt es ja noch gar nicht dieses pokemon hat das meer immer erleuchtet aber plötzlich wurde es krank es schnappt nach luft ich weiß dass es eine gute gut sortierte apotheke in anemonia city gibt sehr anemone aber dafür musst du über das meer und ich kann Amphi nicht unbeaufsichtig zurücklassen könntest du vielleicht die medizin für mich besorgen bitte äh 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 ja aber wo hab ich surfer ah ich weiß wo ah ich erinnere mich ich erinnere mich wir müssen zurück hm ja ich erinnere mich wir müssen gegen die kimono kimono massac 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 gibt es hier oben und oben auch und durch kein meiner links oder gibt es keinen durchgang ähm naja i guess ich muss hier lang aber kann ich hier irgendwo links ich will doch nur warte mal ich kann doch hier kann ich dem trainer begegnen ja ich denke die heutige episode besteht darin zurück zu laufen und in kimono jetzt hier zu spielen kämpfen und dann sich das item zu schaffen noch rettern yo rettern 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 yo aber ab level 36 wird es wirklich tappt weil dann entwickeln sich uns dann sind die mons alle voll entwickelt das haben wir so eingestellt ähm das heißt es wird halt wirklich crazy aber wenn wir keinen mondstein haben wird allein sowas die pipis schwer haben yo der ist mean der ist mean der ist mean ich geh in yo der sollte keine gesteinsattacke in der gen haben ne kein crit dankeschön dann gehen wir auf flügelschlag naja ein zweiter und walt der kann ja noch nicht mal wandern der in diesem randomizer weil ich die attacken gerandomized habe ja ja rasiert ghost rider kate abgestürzt mein vogel ist aber nicht abgestürzt die m22 22 22 brüller sagt er jetzt und gleich kommt belly drum relaxung ich glaube ja oder ein paar trainer vor uns heute sind viele trainer kämpfe viele trainer kämpfe vor uns heute sind viele trainer kämpfe und ja wir müssen jetzt weiter runter und dann schauen wir mal später danke er wechselt mal raus weil pipi ist kritisch der soll nicht so überleveln auch wenn er also was ist overleveln der soll den anderen nicht voraus sein wenn ich gewechselt habe fußkick alter sprung kick ich glaube krit sollte immer noch reichen ein krit sollte immer noch nicht reichen ja was ob das so wenig macht ich dachte wir hätten wirklich verloren bin ich ehrlich das ist seltsam was meine wird offensiv feste tragen und gibt es noch nicht jetzt einfach mal runter wir müssen wie gesagt zu den kimono mädchen und erstmal surfer wollen generell ich glaube ich meine krapama ist halt auch speziell und server kann nicht missen 10 punkte glaube ich glaube das sind 100 und 85 genauigkeit 85 genauigkeit irgendwie sowas wir gehen erst mal nach oben wir müssen einen server besorgen das ist halt die sache habe ich gar nicht dran gedacht das mit kimono mädchen kinomo genau kimono mädchen kimono mädchen kimono mädchen sollte kein problem sein ich glaube wir sollten auch gar nicht so hoch sein wir haben ja ein bisschen gegrindet im endeffekt sollte das sogar relativ schnell gehen dann sollten wir sogar zwei encounter haben oder 3 2 3 2 aber auf jeden fall arena technisch gibt es heute glaube ich nix nächste woche auch nicht müssen wir mal schauen okay ich glaube ich glaube ich glaube ich glaube der gentleman der sitzt sagt so hoho mir hat der kampf gefallen hier hast du eine cd hat noch tillery ja stehen die mon sind ja alle den eevees ähnlich das heißt wir werden hier wahrscheinlich viele sehr vollentwickelte pokémon haben die nicht so krass sind also sowas wie oktillerie wird wahrscheinlich kommen aber die sind halt nicht so hoch die sind halt nicht so hoch die all right bro chill er kürtet nicht noch mal no way jose du überlebst das nicht ciao kürtet zurück man so sieht das nämlich ganz aus so sieht das ganze nämlich aus wort umstellung so passt aber warte mal ich bin nicht zu leise ne 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 ich muss das nur kurz gucken so Pansy hat ein quacks oktillerie quacks so in was gehen wir da will ungern in cute gehen also wie kriegt das denn kommen die roddy die korrekt aus hin bei allen moränen feuer auf dem vorsteck ne eigentlich wasser auf dem vorsteck nicht mehr mr crabs Wie gefällt dir meine Haarspanne? Oh, die ist doch wundervoll, oder? Okay, wir müssen gegen... Also... Yeah! Okay, das ist... Warum haben die alle Watertypes? Ey, komm, rein aufs Fun, ich schwertanze jetzt. Schnapper. Ich schwertanze jetzt. So. S-D-Pi-Pi. Reimt sich sogar. Wir sind auf Level 9 und fucking 20, Mann. Ich sag's, wie es ist. Wir werden nie einen Mondstein finden. Und wenn wir den finden, ist Pipi schon längst tot. Das ist immer... Also, ich hatte selten das Glück. Selten das Glück, dass ich in der Nasenlock einen Entwicklungsstein bekommen habe, zur richtigen Zeit. Selten. Und wenn, dann hatte ich den Stein vorher und habe einen Mond bekommen, was übelst Trash trotzdem war. Warum haben die alle Watertypes? Bro, was? War Misty in der Stadt, oder was? Hat Misty so gesagt, so, yo, ihr braucht mehr Watertypes im Dojo, so, ja? Ja, was ist denn was für Dojo? Im Tanzhaus? Ja. Muss man wohl ein Frischgewichtschild dann auch stellen, aber dann ist easy, ne? Buckcatcher Mark. Oh, hi, Mark. Du bist stärker, als du aussiehst. Äh, ja, danke. Glaube ich. So. Watertype? Ey, wenn das jetzt auch ein Watertype ist. Ey, ich schwöre. Ich schwöre, wenn das auch ein Watertype ist. Tornopto. Guter Watertype. Der wird bestimmt von den anderen Mädels gemobbt. Der wird bestimmt gemobbt. Guck mal, ich hab'n Wasserball. Ey, pass auf mit dem Scheiß. Hihihi. Und dann so. Ey. Chill mal deine Basis, Mann. Was für Solarstrahl. Der wird bestimmt gemobbt, Alter. Ja, er sollte mich nicht killen. Also, ist halt kein Step, ne? Bro, sie macht das so wenig. Ich check das nicht. Ich trage ja nicht mal eine Offensivweste. Wenn die extra von der Spezialverteidigung her geboostet, durch die Kraft der Liebe, ist es das, was es ist? Ich weiß es nicht, Leute. So, der gnädige Herr, gib mir jetzt den Surfer. Die Kino-Mogol sind nicht nur großartige Tänzer. Sie sind auch gute Pokémon-Trader. Ich fordere sie ständig heraus. Konne sie aber noch nie besiegen. Die Art, wie du kämpfst, ist wie ein Tanch. So etwas sieht man nicht oft. Ich möchte dir etwas geben. Nur zu, nimm es ruhig. Wir haben VM03 den Surfer bekommen. Sehr gut. Ähm, das ist Surfer. Damit können Pokémon jedes Gewässer überqueren. Ja, ich denke, wir geben das... Auf jeden Fall unserem Starter. Ich meine, zwei Surfer machen mehr als ein Krabhammer-Miss. Von daher... Sollte das klappen. Sollte das eine gute Idee sein. Ah. Wobei wir natürlich auch so etwas wie Schnapper verlieren lassen. Aber Krabhammer ist auch gut. Oder? Ah ne, Schnapper, komm. Die Teilglocke will ich behalten. Falls ich wieder vergiftet werde, kann ich einfach ins Gras und die Teilglocke drücken. Dann juckt mich dann das mit der Poison auch nicht. Dann muss ich auch nicht diesen Scheiß mal von wegen heilen. Oder... Wisst schon. So. Ähm, ich glaube... Wir holen uns einfach ein paar einen Counter. Ich denke, bis zur nächsten Stadt schaffen wir es nicht in der Zeit. Ähm... Aber wir können das Ganze pflegen mit ein paar Encountern. Und hoffentlich legt man ein bisschen mit einem oder anderen Kit... Äh, Kit Survivor. Oder True Survivor. Ich will auch mal ein bisschen den harten Schnitt haben hier. Meine Güte. Aber hat es schon letztes Mal gut angefangen mit Sonnenfahren. Das muss man halt schon sagen. Ähm... Schöne Neun. Schöne Neun. Da muss man echt viel beachten. Da muss man echt viel beachten. Ich werde auch gleich gucken, was nochmal die Neun war. Da war auf jeden Fall viel zu beachten. Ähm... Ja. Wenn ich das weiß, wie es ist, wir werden früher oder später einen Mon verlieren. Jetzt am Anfang, wo noch nicht alles vollentwickelt ist... Ist es halt nicht so. So. Wollen wir direkt hier in der Stadt oder wollen wir erstmal in der nächsten Route? Route 40 oder... Ich glaube, ich... Ich glaube, ich geht tatsächlich Oliviana City. So. Das ist geil. Das ist eine Erneuerung in Gen 2, die man berücksichtigen sollte. Man konnte endlich Sachen anklicken und die... Und die VM... Äh... Und ja. Die VM-Attacke hat sich aktiviert. Das wäre in Gen 1 nicht so. Du musstest ins Team, dann die Attacke ausführen. Soweit ich weiß. Oder bin ich lost? Hä? Da war doch was. So. Anemonia City... Oh. Bevor wir das tun, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir sollten eine Zahl randomisern. Wir kriegen die 0. Ist das nicht sogar was Gutes? Ey, komm. Gib mir doch mal ein bisschen Random Shit hier. 0 ist doch doof. Oder warte mal. 0 ist doch wie der... You get a true survivor. Oh, ja, ich kann es mir aussuchen. Warte mal. Was ist denn richtig geil? Oh, gib mir eine Conspiracy. Gib mir eine 7. Ich will die 7. Conspiracy. Ich will nicht die ganze Zeit diese Lucky Survivor, True Survivor haben und Kid Survivor, die sowieso schon vollentwickelt sind. So, wir nehmen die 7. Was ist die 7? Muss immer ein Item tragen, muss mindestens zwei VMs lernen. Dann muss er sowas wie Fleisch oder Dick haben und wenn das nicht geht, TMs. Und es muss immer voll geil sein, wenn es nicht in einem Kampf ist. Bro. Will ich. Habe ich Bock drauf. So. 1,07 und es muss ein Normal Type, Water Type. Ne, kein Water Type. Normal Type. Käferflug, Boden, Normal, Kampf. Komm schon. Ich will es fangen können. Bitte, 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 bitte. Das ist ein Voltiger. Ich wollte doch die 7 haben, Mann. Ah. Ha, ha, ha. Okay. Never mind. Dann halt nicht. Dann gehen wir halt auf gute 40. Dann gehen wir auf gute 40. Wird auch echt kritisch. Sobald Monsters droppen, wird es echt sehr kritisch, ne? Das war grad weird. Okay. Nein. Warte, 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 warte. Ich habe extra weggeklickt, weil wir müssen in Zeit zwischen... War es wieder eine 9? Es war wieder eine 9. Ich will nochmal die 7, Mann. Ich will nochmal die 7. So. Was ist die 7? Das ist wieder ein Electric-Type. Das ist ein Saftkorn. Ey, das können wir fangen. Nee, nee, Dupes. Wir haben Smetbo schon. Wir haben doch Smetbo schon. Oder? Warte mal. Nocturne Smetbo, ja? Das ist Dupes. Aber ich fahre trotzdem die 7, weil wir nochmal die 9 bekommen haben. Mann, ich will schon eine 7 haben. So, Route 40. So, jetzt aber. So. Was war das nochmal? Nicht das ICQ-Sound. Oh, Lady Anne. Ja. Gib mir, gib mir. Ich will. Doof, dass wir uns in Blättersturm locken. Haben wir sonst irgendeine Attacke, die das... Krass resistet. Krass resistet. Nee, ne? Doch. Oh, ich weiß nicht. Wenn der jetzt einen Luftstoß hat, ne? Oh. Wäre kritisch. Ich werfe mal einen Superball. Guck mal, was passiert. Ich gucke mal, was der für Attacken hat. Energiefokus. Alter, das wird ja immer besser. Das wird ja immer besser. Komm, du bist doch ein Käfer-Pokémon, ne? Das heißt, du solltest doch eigentlich hier... Warte mal kurz. Solltest doch eigentlich hier drin bleiben, oder? Guter nicht. Guter nicht. Er kann viel ändern. Okay. Ich komme. Ich gehe mal einmal Karate-Schlag. Das ist vierfach resistet. Der sollte das übelst gut wegstecken. Und wenn er mit Luftschluss ankommt, dann... Ah, wobei. Flug ist eine Chen physisch und der hat halt... Naja. Kein Angriff. Verrateschlag. Bam, bam, bam. Jetzt werfe ich ein... Vielender, genau. Jetzt werfe ich einen Superball. Come on, man. Komm, geh rein. Ich weiß, du willst das. Mir zuliebe. Komm, 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 komm. Eins. Zwei. Drei. Ugh. So, wie nennen wir Ledian? Ich finde das so doof. Ich liebe das Design von Ledian, aber ich finde es kacke, dass es trash ist. Wie nennen wir es denn? Irgendwas mit Star. Star. C-H-I. C-H-I. Was für C-I. Ich nenne es Star Child. So. So, das war jetzt... Das muss ich auch noch aufschreiben, ne? Das Ganze. Ich werde es nicht vergessen. Ich schreibe mal Anemonia. Anemonia. City. Failed. Und Route 40. Sieben. Ledian. Ich glaube, wir können aber noch in Route... ...141 gehen, ne? Ich glaube, ich würde auch vorher erstmal heim. Oder wir spannen uns... Wir gehen erstmal zurück. Weil wir können theoretisch auch surfen, das habe ich gerade gar nicht bedacht. Ich glaube, das machen wir. Wir gehen erst gar nicht weiter. Die Stadt klären plus die Medizin Das machen wir nächste Folge, glaube ich. Einfach. Das machen wir nächste Folge. Und jetzt gehen wir noch mal. Ja, wir gehen noch mal in Teak City und versuchen uns da was zu holen. Und dann sollte das für die Episode auch mal gewesen sein. So. Das wollte ich nicht. Wir haben den Pro Controller und das Steuerkreuz ist halt irgendwie... Das ist sehr... Wie soll man das sagen? Also, sehr... Ich will immer intensiv sagen. Sehr... Fällt das Wort nicht ein? Sehr sensibel. So. Und wir randomisieren eine Zeit zwischen 0 und 1. Und wir kriegen die 2... Was ist die 2? Survivor Couple. Also wieder ein Soul Link Partner. Pärchen. Kriege ich das überhaupt in der Stadt so easy? Ich meine im Wasser. So. 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 Wie können wir nicht mal. Und es ist ein... shouty. Schon wieder ein Voltitalm. Ok. Wir können es nicht machen. Auch ein bisschen weird. Glaube ich. Ein bisschen schwierig. Haben wir sonst irgendwo wo wir surfen können? Naja, hier rechts eigentlich können wir noch surfen? Na. Komm, wir machen mal eine Route 42 Encounter. das geht schon die pteile so sieht das aus ja kann ich sehen ich schreibe mal auf ich glaube hier mal wirklich den letzten encounter dann fertig city nichts das ist gute 42 und da schauen wir mal so rudy 42 rudy 42 warte ich hab wieder keine zahl gerandomized aber ich kann zum glück unterbrechen es ist eine 4 was ist eine 4 was ist eine 4 was ist eine 4 nein falsche 4 schon wieder ein lucky survivor das muss dem typing folgen und das können wir fangen ich werde mir auch fangen ja keine special conditions versuch mal mit dem pokéball der ist eigentlich so bulky dass wir bestimmt ein bodyslammer trocken können komm wir probieren es mal der ist so bulky der sollte nicht davon sterben ich würde gern raus weil naja der fruchter macht schon guten schaden das muss man jetzt sagen oh oh er ist verwirrt ok ja wir versuchen es, komm pokéball geh rein komm schon jetzt mach keinen dicken hier jetzt mach keinen dicken hier stampfer sorry die Stelle muss ich skippen ich bin mit dem finger da drauf gekommen schärfer alter komm schon bitte come on man geh rein ok schlurp wie nennen wir schlurp gibt es schlurp fans da draußen weißt du was ich nenne den patrick weil schuhlecker zunge ihr wisst schon ich nenne ihn patrick und wegen patrick star weil er so pink ist ist eigentlich voll der big brain move ich werde das gleich twittern jeder sollte seine schlurps und schlurplex patrick nennen oder schuhlecker ich habe meins jetzt patrick genannt das ist cool ok dann würde ich sagen wir beenden für heute auf jeden fall ähm nächstes mal gehen wir über die wasserroute ja holen die amper aus medizin machen vielleicht die arena müssen wir eine grinding session machen zwischendurch weil naja ähm normalerweise ist ein höchstes monat auf level 30 da wir auch noch die level korrekte haben wird es wahrscheinlich so 32 33 sein würde ich vermuten und äh ja dann würde ich sagen wir sehen uns das nächste mal habt noch schön am tag und als live macht's gut das steht das so was nicht